Jeder der Makita Akkugeräte besitzt wird es kennen, das Akkuladegerät DC18RC. Man könnte sagen es gehört eigentlich schon zur Grundausstattung dazu, denn es ist natürlich nötig um die 18 Volt bzw. 14 oder 7,2 Volt Akkus zu laden. Seit kurzem gibt es aber auch wie bereits angekündigt die neue 40 Volt Serie und zwar die sogenannte XGT Reihe. Damit verbunden gibt es natürlich auch wieder neue Akkus beziehungsweise auch ein neues Ladegerät und zwar das DC40RA plus den Adapter bzw. die neuen Akkus. Darum soll es im heutigen Video gehen, falls es noch nicht geschehen jetzt noch schnell diesen Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren um kein Video mehr zu verpassen und damit los geht's. Vorne steht sie, die neue Makita 40 Volt Akkuserie bzw. die sogenannte XGT Serie mit dem neuen Ladegerät DC40RA. Wie bereits angemerkt soll es im heutigen Video um den Vergleich dieser beiden Ladegeräte gehen, natürlich mit dem Hauptaugenmerk auf dem DC40RA. Das DC18RC habe ich ja schon einmal in einem extra Video vorgestellt. Wie gesagt, heute soll es um die 40 Volt Variante gehen bzw. auch um den Vergleich. Wir schauen uns heute beide Geräte im Laufe des Videos auch noch von innen an, sprich wir vergleichen einmal die Technik, was sich hier eventuell geändert hat. Ja, wir sehen schon von außen hat sich einiges geändert, dennoch das Grundprinzip ist gleich. Wir sehen hier oben den Makita Schriftzug, jetzt jedoch mit Kontur. Hier links der Akkuladeschacht bzw. rechts unten die Anzeigetafel, die uns anzeigt, was der Akku immer momentan durchmacht. Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Dazu hier ein kurzer Gewichtcheck. Zuerst einmal die alte Version. Diese bringt insgesamt ungefähr 815 Gramm auf die Waage und die neue Version hingegen in 980. Also hier haben wir auf jeden Fall eine Gewichtzunahme. Entsprechend ist wahrscheinlich auch mit Sicherheit neue Technik drin. Kurzer Größenvergleich. Die alte Variante ist circa 9 cm hoch und die 40 Volt Variante ebenfalls. Also von der Höhe sind sie schon einmal identisch und außerdem erkennbar auch die Breite bzw. hier die Tiefe ist ebenfalls gleich. Wobei ich sagen würde, dass die neue Variante hier ja um zwei Zentimeter breiter ist. Wie sieht es auf der Rückseite aus? Dazu einmal ganz kurz beide Ladegeräte umgedreht. Der offensichtlichste Unterschied hier zu erkennen, türkiser Kunststoff bzw. hier schwarzer. Außerdem verwendet Makita hier bei der alten Version PPE bzw. bei den neuen Polycarbonat plus ABS Kunststoff. Außerdem bei beiden Ladengeräten identisch hier die vier Gummifüße, damit auch wirklich beide Ladegeräte einen sicheren und rutschfesten Stand haben. Der Vorteil, dass neue Ladegeräte bietet hier zwei Ösen zum Aufhängen. Dies hatte so das alte Ladegerät noch nicht. Der Abstand hier beträgt übrigens 180 Millimeter. Damit ist auf jeden Fall für diejenigen, die das Ladegerät nicht nur hinstellen, sondern wirklich an der Wand montieren möchten, eine einfachere Montage möglich. Weiterhin zu erkennen, bei der alten Version gab es ja hier oben den Luftansaugschacht. Bei der neuen Version hingegen sehen wir hier nun mehrere. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze von drinnen aussieht. Aber nun zurück auf die Oberseite, denn hier spielt sich ja der Großteil ab. Wie das bei dem alten Ladegerät so üblich war, findet man ja hier auf der linken Seite unter dem Kontaktschutz hier die beiden Kontakte für Plus und Minus bzw. hier den gelben Kontakt. Dabei wird der Akku ganz einfach drauf gesteckt, rastet automatisch ein und beginnt zu laden. Bei dem neuen Ladegerät sieht es ungefähr identisch aus. Auch hier finden wir eine Schutzabdeckung der Kontakte und darunter nun die beiden Kontakte hier rechts und links bzw. insgesamt sechs offene Metallkontakte. Auch hier identisch, der Akku wird einfach drauf gesteckt, rastet ein und beginnt automatisch zu laden. Ansonsten hierzu erkennen die beiden Luftschächte, denn die Akkus werden ja aktiv gekühlt und zwar mit Luft. Das schauen wir uns aber nachher noch in der Technik genauer an. Auf der rechten Seite hingegen finden wir hier bei beiden Ladegeräten die Anzeigetafel. Bei dem alten Ladegeräte brauche ich eigentlich nichts zu sagen. Wir hatten hier unten drei LEDs rot, grün und gelb und durch blinken bzw. leuchten wurde hier angezeigt, was aktuell der Fall ist. Bei dem neuen Ladegerät sieht es hingegen etwas anders aus. Wie schon zu erkennen, wir haben jetzt nicht mehr hier diese drei LEDs rot, grün und gelb, sondern unter diesem milchigen Kunststoff befinden sich die verbauten LEDs. Direkt darüber bzw. darunter zu erkennen, die Modis, wie diese LEDs dann im Endeffekt blinken bzw. leuchten. Auch zu erkennen, es gibt grün, blau und rot für die Warnsignale. Direkt daneben auf der rechten Seite zu erkennen, die unterschiedlichen Situationen, die uns dann das Ladegerät ausgibt. Ganz oben bedeutet langsames grünes blinken, wie es momentan der Fall ist. Das Netzteil bzw. das Ladengerät hängt am Strom. Darunter also langsames blaues blinken in der gleichen Frequenz bedeutet, es gibt Temperaturprobleme. Entweder ist der Akku zu kalt oder zu heiß. Schnelles blaues blinken hingegen bedeutet der Akku lädt. Kontinuierliches blaues leuchten heißt, der Akku ist so gut wie voll und wenn das Ladegerät grün dauerhaft leuchtet, heißt das der Akku ist komplett voll und kann entnommen werden. Und natürlich die nicht so schönen Situationen, die trotzdem passieren können. Wenn zum Beispiel hier der Akku defekt ist, leuchtet das Ladegerät kontinuierlich rot bzw. wenn es Probleme mit dem Lüfter gibt, rot und blau abwechseln. Im direkten Vergleich sieht man aber die neuen LEDs bzw. die neue Anzeigetafel ist wesentlich heller. Bedeutet, wenn man hier den Akku einmal ransteckt, könnte man denken, man befindet sich hier am Flughafen. Und das Ganze ist wirklich nicht übertrieben, denn die LED ist wirklich hell. Tja, das neue Ladegerät im Schlafzimmer ist also keine so gute Idee, aber es wäre auch andererseits gar nicht möglich gewesen, denn ihr hört es schon, das Ladegerät ist auch nicht unbedingt leise. Deswegen hier ein kurzer Lautstärkevergleich. Ich habe einmal hier das Dezibel Messgerät und wir beginnen einmal mit dem alten Ladegerät. Ungefähr 20 cm Abstand. Um die 52 Dezibel. Und nun das neue Ladegerät. Man sieht schon circa 61 Dezibel. Also das neue Ladegerät ist natürlich auch wesentlich lauter. Woran das liegen könnte, werden wir gleich noch sehen, wenn wir beide Ladegeräte aufschrauben. Ich habe nämlich hier schon eine Vermutung. Was meiner Meinung nach auch noch sehr interessant ist, ist die Frage, was kann ich denn nun mit dem neuen Ladegerät überhaupt laden? Dazu vielleicht erst einmal der Vergleiche. Das alte Ladegerät bekommt man ja eigentlich schon überall hinterher geworfen, sprich maximal 50 Euro. Muss man hier vielleicht auf den Tisch legen. Das neue Ladegerät hingegen kostet um die 100 Euro. Also das Doppelte. Dazu dann natürlich noch den Akku. Also hier wird man auf jeden Fall arm. Dazu dann aber im Video von dem eigentlichen Akkuvergleich mehr. Trotzdem noch einmal die Frage, was kann ich nun hier mit laden? Hier steht es auch noch mal 7,2 bis 18 Volt mit dem DC 18 RC. Also 18 Volt Akkus beliebiger Kapazität, aber auch hier 14 Volt Akkus. Diese Akkutypen sind natürlich bei keinem der Ladegeräte möglich. Schade. Eigentlich auch logisch, da es zu dieser Zeit, als die Ladegeräte hier rausgekommen sind, die 40 Volt Serie so noch gar nicht gab, ist es entsprechend auch nicht möglich, die 40 Volt Akkus hier an dem DC 18 RC zu laden. Dazu benötigt man zwangsläufig das neue Ladegerät und zwar das DC 40 RA. Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr habt 18 Volt Geräte, braucht dafür dieses Ladegerät, kauft euch neue 40 Volt Geräte und benötigt noch ein Ladegerät. Um das Ganze ein bisschen aufzulockern, gibt es hier von Makita den sogenannten Ladeadapter und zwar den ADP10. Und zwar ist durch dieses kleine Teil, naja was heißt klein, es ist ungefähr so groß wie ein 18 Volt 5 Ampere Stunden Akku, möglich, auch 18 Volt Akkus an dem 40 Volt Akku Ladegerät zu laden. Denn wie wir gesehen haben, hier an das 40 Volt Ladegerät passen wirklich ausschließlich auch 40 Volt Akkus. Wäre aber etwas umständlich, wenn man hier wie gesagt nur 40 Volt Akkus laden kann. Deswegen hier dieser Adapter. Ihr seht es hier schon 40 Volt Max zu 14,4 beziehungsweise 18 Volt. Dabei bildet dieser Adapter sozusagen die Schnittstelle. Auf der einen Seite finden wir hier praktisch ein 40 Volt Akku und auf der anderen Seite die Fassung beziehungsweise den Schacht für 18 Volt Akkus. Damit wird der Adapter ganz einfach auf das Ladegerät drauf gesteckt und rastet auch wie ein normaler Akku ein. Und danach kommt hier der 18 Volt beziehungsweise der 14,4 Volt Akku rein. Und damit beginnt das Ladegerät ganz normal den Ladevorgang, obwohl es in diesem Fall kein 40 Volt Akku ist. Ob das Ganze jetzt schön ist mit diesem riesigen Turm hier sei einmal dahingestellt. Auf jeden Fall ist es aber praktisch, dass man hier neben den 40 Volt Akkus auch 18 Volt beziehungsweise 14,4 Volt Akkus laden kann. Ebenfalls mit diesem Adapter hier, ob das Ganze so schön ist oder nicht sei mal dahingestellt. Ihr könnt ja gerne einmal eure Meinung in den Kommentaren kundtun. Bevor ich es vergesse und zwar gibt es an dem neuen Ladegerät ebenfalls eine Ton- oder Musikfunktion, die es ausgibt, sobald der Akku voll geladen ist. Genauso wie auch beim alten Ladegerät ist hier das Prinzip identisch. Und zwar steckt man den Akku in das Ladegerät, zieht ihn wieder raus und steckt ihn anschließend wieder rein, um in die nächste Melodie zu springen. Und sobald dann die gewünschte Melodie ertönte, kann man einfach den Akku wieder entnehmen. Um einiges wichtiger ist doch aber nun die Frage, wie lange dauert es wirklich hier, die einzelnen Akkus zu laden. Denn wir haben ja hier Schnellladegeräte und möchten nicht, dass etliche Stunden beim Laden ins Land streichen. Wenn man sich einmal hier die Daten auf der Rückseite anschaut, ist erkennbar, wie viel das Ladegerät wirklich ausgibt. Bei dem DC18RC steht drauf, von 7,2 bis 18 Volt gibt es 9 Ampere aus und die neue Variante auf 18 Volt Basis bis zu 12 Ampere. Könnte man denken, das Ladegerät ist schneller. Nein, dem ist aber leider nicht so. Ich habe es wirklich versucht. Hier mit einem 5 Ampere Stunden Akku, dieser benötigt zum Laden ebenfalls 40 bis 45 Minuten. Genauso wie mit dem 40 Volt Akku. Das neue Ladegerät würde es natürlich schaffen, hier den 5 Ampere Stunden Akku in der Hälfte der Zeit voll zu pumpen. Da es ja auch hier den 4 Ampere Stunden 40 Volt Akku in 45 Minuten schafft. Aber ob das Ganze so gut ist für den Akku, sei dann einmal dahingestellt. Deswegen auch hier 45 Minuten für den normalen 18 Volt 5 Ampere Stunden Akku. Also von der Ladezeit her sind beide identisch. Einmal hier der 4 Ampere Stunden Akku mit 144 Watt Stunden beziehungsweise hier der 5 Ampere Stunden auf 18 Volt Basis mit 90 Ampere Stunden. Da sind beide Geräte von der Zeit her identisch. Ja, etwas komplizierter ist es ja damit geworden. Aber wollen wir einmal schauen, wie die Technik im Inneren aussieht, ob sie denn eventuell identisch ist und der Preis einfach um 50 Euro angehoben wurde. Ja, angekommen in der Werkstatt wollen wir nun einmal schauen, ob hier oder beziehungsweise was hier für neue Technik in dem Ladegerät drin steckt. Im Vergleich zu der alten Version. Das alte Ladegerät werde ich im heutigen Video nicht noch aufschrauben. Hier habe ich ja schon einmal ein extra Video zugemacht. Heute wirklich nur die neue Version. Also das Ladegerät kann erst einmal beiseite. Und zum Öffnen des neuen Ladegerätes finden wir genauso wie auch bei der alten Version hier auf der Unterseite einmal 4 Gummifüße. Und darunter die Schrauben, denn wir können hier ganz einfach die Gummifüße rausnehmen. Die sind einfach wirklich bloß drauf gesteckt. Und nachdem wir alle vier Gummifüße entnommen haben, sehen wir darunter auch schon die vier Kreuzschrauben. Auch hier bis jetzt keine Verplombung oder ähnliches. Mal sehen, ob da noch was kommt. Und dann können wir auch schon das Ladegerät öffnen, aber leider noch nicht komplett abnehmen, wie man sehen kann. Denn wir haben hier die beiden stromführenden Kabel, also Plus und Minus, beziehungsweise hier das Datenkabel, was dann sozusagen den Transfer zwischen Akku und Ladegerät herstellt. Diese sind zum Glück ganz einfach drauf gesteckt und können damit einfach entfernt werden. Und nun können wir uns auch schon einen Überblick über die Technik verschaffen. Und wie ich vermutet habe, es gibt genau zwei Lüfter. Dadurch entsteht natürlich der höhere Geräuschpegel, aber es ist wahrscheinlich auch nötig, um diese Energie hier, die an Wärme entsteht, abzuführen. Dafür finden wir einmal hier unten den kleinen Lüfter für das aktive Kühlsystem des Akkus. Dabei befindet sich auf der Unterseite hier der Luftansaugschacht, wo die Luft von dem Lüfter angesaugt wird. Und diese wird anschließend dann hier durch die Öffnung in den Akku geblasen, damit dieser aktiv gekühlt werden kann. Denn durch dieses aktive Kühlsystem, wie wir es hier sehen, beziehungsweise natürlich auch schon bei der alten Version, ist es überhaupt möglich, erst die Akkus so schnell zu laden. Und der andere Lüfter befindet sich schon, wie wir sehen können, hier am hinteren Ende des Ladegeräts und ist auf den Travo, beziehungsweise hier die Kühlrippen gerichtet. Denn der Travo, beziehungsweise eigentlich alle Bauteile hier drin, wie zum Beispiel Transistoren, Dioden etc. werden natürlich bei dieser Stromstärke ziemlich warm und müssen dadurch auch gekühlt werden. Ansonsten, was sehen wir hier noch? Natürlich die drei LEDs, Rot, Grün und Blau, die dann hier oben auf der Anzeigetafel ausgegeben werden. Und dann auf der Seite, wo hier die höhere Spannung fließt, haben wir zum Beispiel hier noch einen großen Elektrolytkondensator, mehrere Keramikkondensatoren, mehrere Spulen etc. Und ansonsten, wie auch bei der alten Version, hier eine kleine Keramiksicherung ist das wahrscheinlich. Falls das Ladegerät nicht mehr funktioniert, sollte man diese auf jeden Fall prüfen. Im direkten Vergleich, wenn man das Video zum DC18RC gesehen hat, haben wir auf jeden Fall hier mehr Kühlrippen, denn es muss ja mehr Wärme abgeführt werden. Auch zum Beispiel hier unten schön zu sehen. Und ansonsten vom Aufbauprinzip hat sich auch hier die Technik etwas geändert, aber im Großteil ist es auch identisch. Und damit heißt es wieder zusammenbauen bzw. bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat bzw. du einige Informationen mitnehmen könntest, würde ich mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und den Kanal kostenlos abonnierst, falls noch nicht geschehen. Der aktuellste Preis dieser Ladegeräte bzw. insgesamt der 40 Volt Technik packe ich einmal unten in die Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn du jetzt noch einen Daumen nach oben bekommst, fanst du einen Daumen nach oben benutzen. Vielen Dank.